Es wird mystisch, es wird magisch, es wird nass, denn Atlantis ist einfach aufgetaucht. Und wir machen natürlich hier direkt, wie man es von uns nicht anders kennt, wer zuletzt Atlantis verlässt, gewinnt die Runde. Mit am Start ist der Fischkopf, Ali. Was geht, schau dir meine Muskeln an, ey. Und Scoop. Hello, my friends. Und der allerechte Affenkopf, Pister. Der letzte und der beste kommt immer zum Schluss. Na, hör mal. Ja, Freunde, ich würde mal sagen, ich habe mega Bock auf diese Runde. Vielleicht entdecken wir neue Geheimnisse aus Atlantis. Mal gucken, denn es ist alles neu. Wir müssen mal ein bisschen diese Stadt erkunden gehen. Und deshalb, lasst mal ein paar saftige Likes da. Vielleicht schaffen wir vier Likes. Vielleicht auch fünf. Ich glaube an euch. Oder sechs. Die Community macht das schon. Die kriegt das hin. Und abonniert natürlich diesen Kanal, um hier nichts zu verpassen. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Kurze Werbeunterbrechung, meine Freunde. Denn Lootball hat wieder eine richtig krasse Aktion. Die kostenlose App habe ich euch schon einige Male vorgestellt. Aber diesmal gibt es wieder eine Special-Aktion, die nur noch bis Sonntag, den 2.8. um 23.59 Uhr geht. Wenn ihr euch dieses 10er-Pack holt, dann bekommt ihr einen Bonus-Pack, wo zu 100% V-Bucks drin sind. Die Packs kann man sich mit echtem Geld holen. Oder Dias, die man sich kostenlos verdienen kann. Zum Beispiel, indem man bestimmte Aufgaben erledigt, wie Comics lesen. Wenn ihr euch aber für die Variante mit echtem Geld entscheidet, dann fragt unbedingt nach der Erlaubnis eurer Eltern. Okay, Leute, lasst uns ein paar Packs aufmachen. Und wenn wir Glück haben, bekommen wir das Bangra Boogie-Emote. Ich bin gespannt. Und wir machen dieses erste Päckchen auf. Okay, Batman und ein anderes Spiel. Weiter geht's. Oha, was haben wir denn hier so tolles? Loot-Coins, Mobile-Game, PC-Spiel, Unrailed. Weiter geht's. Weitere Spiele. Man kennt's doch, Leute. Man kennt's. Was haben wir hier noch? Weitere Spiele. Zack. Hier ist das Bonus-Pack. Ich bin gespannt, was wir hier rausbekommen werden. Wir bekommen natürlich die garantierten V-Bucks. Freunde, könnt ihr natürlich haben. Der erste Mal, natürlich als erstes, ist hier zack. Der Link zum Download von Lootboy ist oben in der Videobeschreibung. Und jetzt weiterhin ganz viel Spaß mit dem Video. Jungs. Ja. Seid ihr bereit, neue Orte zu entdecken? Ja. Seid ihr bereit, Geheimnisse zu lüften? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, gegen mich zu verlieren? Ja. Jungs, ich will nichts sagen, aber hier sind so übertrieben viele Gegner. Ihr wisst, das Wasser darf berührt werden, aber wir dürfen nicht die Wasserfälle überqueren. Wir dürfen nicht nach oben. Oh mein Gott, Leute, was ist hier nur los? Ich hab gerne. Hier sind zu viele Gegner. Ich hab nichts. Ist das eine Kiste hier? Ich hab auch Bandagen gefunden, aber ob das jetzt viel bringt, weiß ich nicht. Und Mad Kid, aber bringt alles gerade nichts. Denn... Doch, natürlich. Digga, das... Hä, wie hab ich den gekillt? Was bin ich denn für ein heftiger... Wie hab ich den gerade... Wichtig, 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 Leute. Mit Ansage. Ihr wisst später, ich sag, ich kann es nicht verraten, was ich hier gefunden habe. Jagdgewehr? Ach, das muss ich aber auch mit... Oh mein Gott. Hier sind viele. Das reicht, das reicht. Ich will noch nicht verraten, was ich gefunden habe, Jungs. Ist er auf mich da? Er ist er auf mich da. Er ist er auf mich da. Ich hab zwei Mad Kids bekommen. Ich hab zwei Mad Kids gefunden. Ich hab zwei Mad Kids gefunden. Ich hab zwei Mad Kids gefunden. Jungs, lass mal dort rein. Ich brauch eure Hilfe, ausnahmsweise. Da sind Gegner drin. Nice, nice. Ganz gut, ganz gut. Wichtig, heftig, def, sich würdest du gut. Und... Bam! Nein, der hat uns halt... Was, warum hab ich nicht getroffen? Oh, das ist der Kollege, den ich schon mal gekillt hatte. Was macht ein Helikopter hier, Jungs? Ey, der ist ausgestiegen. Was ist das für ein Ohrhabenplan? Mach den Helikopter. Eins, eins, sieben. Uuuhu. Jungs, was macht er im Helikopter? Was passiert da? Oh mein Gott. Ich bin einfach... Jungs, die schwimmen, die schwimmen, die schwimmen davon. Nein, nein, nein. Hinterher, Jungs. Vertraut mir. Vertraut mir. Vertraut mir. Ey, ich traue euch nicht. Ey, was ist hier nur los? Hier sind so viele Gegner, Jungs. Der chillt hinter den Korallen. Er ist Korallen, Mensch. Digga, warum sind so viele Gegner hier? Wir haben die so hops genommen, Leute. Nein, Sko hat gerade Mad-Kid gefunden. Ich hab's genau gesehen. Ey, Sue, ich hab drei Mad-Kids und fünf Bandagen. Was sag ich dazu? Ähm, Jungs, ich will ja nichts sagen, aber sorry, ich hab gerade unser Lagerfeuer gewastet für später. Ey, Jungs, ihr wisst, wir müssen natürlich gegeneinander fighten, aber kann mir der ein oder andere vielleicht ein bisschen hier... Sniper-Mond geben? Ali, 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 Ali. Was machst du da? Ich blase. Die Trompete der Omtipete. Boah, die Muschelblasen. Ich kann auch blasen. Ey! Jungs. Warte, ich schieße da oben, damit ihr ihn sieht. Ja, nice, ich kann jetzt schön mein Mad-Kid wassen. Okay, das sind zwei, das sind drei, das sind drei, Jungs. Alles unnötig. Ja, jetzt, äh, auch, dass du glaubst, bitte gesagt hast. Kein Problem. Jungs, ich will nicht sagen, aber wir müssen die fighten. Wir müssen die fighten, versteht ihr das? Kann mir jemand Shopgarmonik geben? Ähm. Ich hab gar nicht so viel, Bro. Sonst würde ich sagen, okay. Was ist geschehen, mein Sohn? Ich muss jetzt gehen. Keine Sorge, so wird dein Sohn noch leben. Ich schieße sie da, damit ihr sie sieht, Jungs. Bam, bei mir! Okay, 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 okay. Nein! Schnell, 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 schnell! Ich hab den, ich hab den. Bistar, bomb mich zu, bomb mich zu. Kommt noch einer. Nein. Rettungsmission. Sorry, ich muss, ich muss. Ali. Ey, du hast was Gutes bei mir. Du hast was Gutes bei mir, Digga. Ey, ich muss. Ich hab vier Bände. Hinter dir! Er ist Schaden bekommen. Digga, was ist das für ein Monkey, die Dunkey? Der brennt! Galaxy Skin brennt. Ali, wir sind... Jungs, ich brenne! Die brennt, die brennt! Schnell, Sixpacks! Oha, die Gehaltung. Oh mein Gott, Leute, was ist hier passiert? Ihr wisst, wir müssen uns alle wiederbeleben, bis die Zone uns berührt. Das ist Regel Nummer 91. Ey, hier ist noch nicht weg. Oh mein Gott, es kommt auch gegner, es kommt auch gegner! Ich hab keine Waffen mehr. Wo, 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 wo? Wo ist der Typ? Der fliegt weg, der fliegt weg. Der soll nicht wegfliegen. Hier, ich dropp euch noch ein Schild lang für eure gute Tat, Jungs. Ja, das soll zu einem Schmick gehen. Ja, ich hab euch alle gerettet. Aber Jungs, geht's euch noch ganz gut? Nice, hier ist einfach eine Truhe. Aber da kommt natürlich nichts Tolles raus. Zio, komm her! Was? Jungs, da wurden Leute wiederbelebt! Als ob... Nein, 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 nein. Ich hab nur 100 Aps. Das ist grad zu viel Action für mich. Das ist viel zu viel Action für so eine Wer-zuletzt-Verlässt-Runde. Natürlich, was haben wir denn anderes erwartet, wenn wir schon hier... Wer zuletzt... Wer zuletzt... Atlantis machen! Neues City, neue Hood! Nein! Schaffen mal, Jungs, schaffen mal! Geh weg! Jungs, müsst ihr alle... Leben kleben? Ich müsst euch einbauen. Oh, pass auf! Ihr könnt, ihr könnt feiten! Ich mach nix mehr! Nein! Was schießt der Affengesicht dort? Ja, Pichter lässt uns alleine. Ja, Pichter... Okay, Jungs, mir reizt. Ich geh dir jetzt killen, ob ihr wollt oder nicht. Ich geh dir jetzt killen. Oh mein Gott. Zone kommt, ich will ja nichts sagen, aber mir egal. Ich werd das nicht so verlieren. Die Frage ist... Nein, die Zone, Jungs, die Zone. Es ist mir sowas von egal, ob die Zone kommt oder nicht. Ich will jetzt... Ich bin hier holen. Jungs, kurz heiße. Hier ist jemand. Oh mein Gott. Die Frage ist, wer das jetzt... Hört ihr das? Der lädt einfach immer wieder nach. Die ganze Familie ist hier. Ganz Family. Professional Hacker for you. Wer lädt da so lange nach? Ich. Rudi, machen wir doch keine Angst. Schaut auf eure Arten. Hey, Jungs. Oh mein Gott. Jungs, ich bin's vielleicht totdrehen. Hab ihn. Gut, ich bin stolper. Bei mir! Bei mir. Oh mein Gott, der Typ will mich töten. Nein, nein, nein. Ich bin gleich tot. Ich hab keine Waffen, Jungs. Oh mein Gott, ich hab was verkackt. Ich hab was verkackt, Jungs. Du weißt nicht so. Ja, okay. Ey, sei nicht so. Komm, ich versuche einfach mal. Nein, komm einfach. Wo ist er? Der ist bei mir. Wo ist er? Der ist unten. Was macht er da? Ich halb dich da, Digga. Heilt ihn. Ich kann da... Ah, wo ist er? Hier. Unten. Bitte dich, bitte dich. Wir müssen runterholen und helfen. Ich hab keinen Mut, Jungs. Er ist bei mir auf K. Hab den. Bombagen. Bombagen. Jungs, eigentlich Regelung. Wir müssen nicht wiederbleiben. Sko, wenn wir dich wiederbleiben, musst du uns alle ein bisschen Loot geben. Ganz ehrlich. Das ist die Regelung. Ja, was soll ich euch droppen? Du musst uns irgendwas geben. Jeden Einzelnen von uns. Irgendwas. Egal was, Hauptsache ein. Weil eigentlich haben wir gesagt, wenn die Zone uns berührt, das ist immer so, müssen wir eigentlich nicht mehr wiederbleiben. Davor ist Pflicht. Ja, dann komm zu mir. Okay. Dann komm zu mir, ich use Softpicks. Ich use Softpicks. Ja, warte, warte, warte. Ich komm, ich komm. Fisch da schnell. Ich hab noch ein bisschen zu erledigen. Ja, mach noch einen. Noch einen. Ich hab keine mehr. Okay, Leute. Es wird eklig. Es wird jetzt echt eklig. Es wird echt eklig. Ich glaub nicht, dass wir viel Loot noch haben. Nein, Freunde. Ich hab nix. Aber ich werd nicht verlieren. Ich sag euch. Ich werd nicht so verlieren. Denn ich hab noch einen Plan, Jungs. Habt ihr noch viel Loot? Seid mal ehrlich. Ähm, nein. Aber gleich, gleich. Jungs, Real Talk. Lasst mal unsere ganzen Ressourcen zusammenpacken. Und ein bisschen Lagerfeuer und snacken, okay? Okay, okay. Wie viel Holz habt ihr? Bei mir ist Lagerfeuer, Jungs. Bei mir ist Lagerfeuer. Okay, dann warte auf ihre. Auf ihre. Ja, ich warte. Aber ich mach schnell, Digga. Ich bin hier ein bisschen unter Druck. So, weiß ich. Ich bin selber unter Druck. Er sagt unter Druck. Ich bin auch selber unter Druck. Seid alle unter Druck? Warum krieg ich keine Fische? Ich bin im hohen Druck. Okay, sorry. Ich krieg keine Fische. Weißt du, was ich starte? Wenn es du nicht da ist, starte ich einfach. Ich bin noch nicht bei euch. Jungs, ich bin tot. Das war's. Schade. War mir eine Ehre. Ciao. Boom. Nein, Leute. Ich hab nix mehr gleich. Hat jemand von euch keine Angel? Nein, ich hab keine Angel. Gib mir Heesav und ich geb dir ne Angel. Hi, Jungs, hi. Was bringt der hi? Ich hab ihn geangelt. Digga, das bringt immer nix. Aber ich das war außersehen. Ich höre, das war außersehen. Ihr habt ernsthaft ohne mich Lagerfeuer angemacht. Ich hab ihn angemacht. Ey, ich warte auf euch. Ich gönne euch schon, Digga. Schade. Jemand muss jetzt anfachen. Anfachen? Ich hab kein Holz mehr, Bro. Ich hab kein Holz mehr. Was macht der Hai denn hier bei uns? Ey, bald, komm. Ey, er hat den beiden Angel. Er ist Gold geworden, Jungs. Jungs, wer den Hai berührt, ist tot. Spaß. Aber ihr wisst, er macht gleich 50er Hits, ne? Pisch da. Ja? Was bekomme ich, wenn ich dir ne Angel gebe? Du, ne, alles gut. Ich bekomme, muss mir nix geben. Wirklich nicht. Warum? Weil ich drei Madgips, vier Madgips habe. Ich geb dir ein, ich geb dir Angel, wenn du mir ein Madgip gibst. Okay? Komm, komm. Komm her. Komm doch. Ja, komm zu mir. Digga, du hast jetzt so Pech. No joke. Ja, warte doch. Was machst du denn da hinten? Du hast so Pech. Ich seh einfach nix. Was? Ja, guck mal, Skull, Digga. Du bist so nervig. Ey, ey, ey. Ey, warte ein Fisch. Hier bist du da. Nimm. Hier. Dankeschön. Job, Madgip. Ja, alles gut. Ich geb dir, hier. Ey, ich hab keine Fische mehr. Das ist grad gefährlich für mich. Okay, jetzt Angel, Angel. Schnell, 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 schnell. Ey, jetzt go näher. Wirklich, ich feige es fort. Hör doch auf. Ey, ich geb dir den Fisch. Ich geb dir den Fisch. Komm zu mir. Komm zu mir. Ich will nicht so sein. Wenn er jetzt wegen mir verreckt, das wäre schade. Skull, kannst du nicht in eine andere Richtung gehen? Was? Los, Bistar. Überlebt das. Das sieht gefährlich aus. Oh, oh. Sieht gar nicht gut aus, Jungs. Ey, Skull, du gehst so auf den Keks. Alter, nee, Skull, du sollst einfach... Das sieht gar nicht gut aus. Nee, Alter, ja, RIP. Ey, du bist so ein 31er, Skull, ne? Ey, Skull, Digga. Wirklich, Skull. Okay, ich halte dich. Schade. Eine Runde. Der arme, junge Pischler, der arme Junge. Aber zweites Mal heil ich dich nicht mehr, ne? Ein zweites Mal heil ich dich nicht. Ey, wenn der Heil mich jetzt berühren sollte, ne? Ich hab ne Idee, Jungs. Ich hab ne richtig geile Idee. Jungs? Wollt dich hier stuff haben? Dann komm zu mir. Okay, komm. Kommt schnell. Ihr müsst schnell kommen. Ihr geht, Pischler. Wir werden aber kurz noch ne Mission haben müssen. Heil dich erstmal. Pischler ist tot. Oh nein, hör, ich hab mich gehealt. Ich hab mich gehealt. Ja, er hat sich gehealt. Jetzt können wir Pischler nicht rein. Sorry, Pischler. Ich hab zwei Mad-Kids. Mad-Kids gone mir. Du, hier, nehm du, bitte, nehm du, nehm du, nehm du meine zwei Mad-Kids. Nehm meine zwei Mad-Kids. Komm mal, den 31er, was ihr da macht. Ich hab dein Leben gerettet, Pischler. Den, 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 den. Ich hab was, ey, du mein Mist. Ey, dieser High ist hier bei mir. Ich bin wieder, der ist gestorben. Ich könnte heulen. Ich geh jetzt was essen. Ich hab gar keinen Bock mehr. Ich quitte komplett. Nein! Ja! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab's bekommen. Ich hab's bekommen. Das freut mich, aber ich bin wegzu. Ich hab gar keinen Bock mehr. Ich hab unabhängig jetzt komplett essen. Ne, ich bin richtig im Herzen. Ich bin richtig im Herzen. Ich hab gesagt, kommt mit. Ich hab gesagt, kommt mit. Ich hab euch gesagt, kommt mit. Hast du das Heilung für mich gesagt? Ja, kommt mit. Hier hinten. Wenn ich Glück habe, ist hier noch ein Fass. Ich bin mir aber nicht sicher. Score von Betai, warum gönnt ihr mir nicht, jo? Okay. Klingt wie ich die Gezfeier jetzt. Oh oh. Oh mein Gott. Sind hier noch diese Fässer, die ich hier haben wollte? Ich bin mir nicht sicher. Nein. Oh 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 oh. Leute, nein, nein, nein. Das ist so knapp. Das ist so knapp. Das ist so wichtig, dass ich... Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Sko? Nein, 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 nein. Oh mein Gott, Sko. Ich dachte schon, du willst mich killen, Bro. Könnte ich machen, ne? Sind die Fässer noch hier, Jungs? Hier. Ich habe einfach nur eine Kiste gefunden. Oh mein Gott. Nein, ich bin tot, Jungs. Komm schon. Ich bin tot. Nein. Nein. Alles verreckt, alles verreckt. Jetzt wird der Kampf zwischen Sko und Zü sein. Ich muss auch verpassen. Jetzt wird Sko richtig tryharden und mich nerven wollen. Ich habe fünf... Ich habe Mad Kids, Digga. Ich habe... Wie du hast Mad Kids? Ein Mad Kids? Ich habe... Ich habe es nicht gesehen. Digga, bist du ein Affe? Digga. Ist das dein Ernst? Sei nicht. Tschüss. Du nimmst doch gerade. Ich habe euch für Arschloch. Digga, ich dachte schon. Du fährst du nicht. Ich pischte, würde ich das zutrauen. Da bin ich dir, Digga. Sei ich dir ehrlich. Sei ich dir jetzt komplett ehrlich. Nice. Nice go. Die Sante... Oh, geil, es ist zu viel. Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein, 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 nein. Ja, Mad Kids, Go, mein Gott, der Ehrenbruder Hai hat mich gerettet. Digga, warum liegt hier noch Mad Kid? Hä? Hä? Ich habe euch einfach verarscht. Da lag einfach Mad Kid. Digga, du Aquaman. Aquaman. Du hast einfach deine Hai geholt. Jetzt fress ihn auf Gönn dir den Hai Bruder Gönn dir den Warte ich habe eine Idee Was passiert eigentlich wenn man den Hai Hier einfach Ich kriege 5 Heils Jungs Nein Let's go Leute wir haben wieder gewonnen Oh mein Gott Jungs man muss echt sagen Das war vor allem am Ende richtig spannend Als plötzlich von der Ecke kam dachte ich Da kommt plötzlich irgendwie ein Angelschwung Von ihm und zack er zieht mich weg Und unterbricht mein Medkid aber mein Hai Hat mich einfach gerettet der Legende Hai Freunde checkt die Jungs unten in der Videobeschreibung Ab ansonsten wir sehen uns im nächsten Video Haut rein Peace